Hallo, herzlich willkommen bei Ocean Well. Wir freuen uns wieder, dass ihr dabei seid und uns über die Produkte erzählen lasst und zuhört, wie man unsere Produkte verwendet. Wir machen Naturkosmetik aus dem Meer. Mein Name ist Kirsten Knutsmann, ich bin Kosmetikmeisterin und habe das Vergnügen hier am ThyssenKai schon seit zehn Jahren mein Kosmetikstudio zu haben. Wir wollen heute mit euch uns den Reinigungsschaum angucken. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass wir eine Serie für viele Hautbilder anbieten. Das schafft natürlich Verwirrung, deswegen helfen wir euch jetzt beim Sortieren. Den Reinigungsschaum würdet ihr anwenden, wofür braucht man das fragt man sich dann immer so vor dem Regal. Einen Reinigungsschaum verwende ich. Der ist so schön cremig, der versorgt die Haut beim Reinigen wunderbar mit Wirkstoffen der Alge und des Meeres und die Wirkstoffe des Meeres, wie ihr wisst und schon wahrscheinlich festgestellt habt, sind sehr regenerativ. Wir haben hier Salz und Mineralien, die sofort ganz tief in der Haut verwendet werden können, weil sie unserem Organismus ähnlich sind. Das heißt, wir tragen das Produkt auf, um die Haut zu reinigen. Und wann machen wir das? Wir machen das meistens abends, aber natürlich ist dieser Reinigungsschaum auch ein tolles Rasiermedium und deswegen kann man es auch toll morgens benutzen beim Rasieren. Von Gesicht oder Beinen, was auch immer. Auch Intimbereich ist sehr schön zu verwenden, weil es überhaupt nicht reizend wirkt. Das heißt, wir können es für Mann und für Frau nehmen und es ist auch egal, in welchem Alter. Man kann es nehmen, um die Haare zu schamponieren, aber eben halt auch zum Reinigen. Einfach nur zum Reinigen, fürs Gesicht, zum Duschen oder zum Rasieren. Wie gesagt, die Produkte sind vielseitig verwendbar und wir haben hier die Möglichkeit, den Schaum schon fertig zu haben. Das ist natürlich echt klasse. Ich zeige euch das mal. Ihr drückt einfach nur auf diesen großen Kopf und habt schon einen großen Pumphup von dem Schaum. Und das ist so eine Menge, die wir dann zum Rasieren zum Beispiel brauchen. Und das Gesicht ist vorher gerne befeuchtet. Wir tragen dann den Reinigungsschaum auf und nehmen es mit einem heißen Tuch wieder runter. Schön dabei ist es, wenn ihr bei Naturfasern bleibt, weil wir ja die Natur schützen wollen und nachhaltig arbeiten wollen, könnt ihr diese Naturfasertücher, zum Beispiel Baumwollwaschlappen oder auch ein anderes Material, ständig wieder waschen und wieder benutzen. Und so vermeiden wir alle Mikrofasertücher, wo wir ja Hinterlassenschaften im Meer finden. Das wollen wir nicht so gerne. Ihr merkt, während ich hier rede, schaut mal, der Schaum ist ganz stabil. Wir können also wirklich, wenn wir die Haut befeucht haben, das lange schön einmassieren und die Haut wird gleichzeitig gepflegt. Wenn wir jetzt den Rasierer ansetzen würden, zum Beispiel, um die Haut ganz glatt zu rasieren, dann bräuchten wir danach gar keine Pflege auftragen, weil dieser Schaum ganz lange die Haut pflegt und regeneriert und somit eben halt ein ganz schönes Hautgefühl auch bleibt. Die Haut ist also soweit fertig. Das ist das Schöne. Wir sind ganz einfach zu verwenden und man braucht ganz wenig Produkt, also deutlich weniger Produkte in der Anzahl, aber auch weniger Produkt aktiv im Benutzen, weil wir einfach viel Wirkstoffe in diesen Algen haben und hoch wirksam sind dadurch. Ja, okay, soweit zu diesem Produkt. Vielen Dank für eure Zeit, uns zuzugucken. Wenn ihr Kommentare auf den YouTube-Kanal setzen wollt, freuen wir uns sehr. Eure Kommentare helfen uns natürlich dabei, die Produkte auch besser zu machen und weiterzuentwickeln. Wenn ihr Fragen habt dazu, gerne bei uns, entweder über E-Mail, Telefon oder auch im Online-Shop, gehen auch Kommentare abzusetzen, aber auch ganz viel Information findet ihr über die Produktanwendung auf dem Online-Shop. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ciao!